Ali Krieger und Ashlyn Harris, US-Fußballerinnen im Babyglück Jetzt sind die beiden Kickerinnen-Mamas Alexandra Ali Krieger, 36, und Ashlyn Harris, 35, kicken nicht nur beide für die Nationalmannschaft der USA, sie sind auch ein Paar. Nach der WM 2019 haben die Fußballerinnen geheiratet. Und nun sind die beiden Weltmeisterinnen-Mamas geworden. Ali Krieger und Ashlyn Harris haben ein kleines Mädchen adokt. Mit voller Stolz und Freude postet Ali Krieger die ersten Familienfoto mit der Kleinen. Willkommen in unserer Familie, Schlohn Phillips. Seit dem 14. Februar 2021 ist Schlohn das neue Familienmitglied. Die Kleine ist das beste Geschenk zum Valentinstag, das wir je bekommen haben, freut sich Ali Krieger in ihrem Posting. Das Adoptionsverfahren sei der für sie und ihre Ehefrau Ashlyn der stressigste Prozess gewesen, den sie je erlebt. Umso größer ist die Freude, dass es jetzt geklappt hat. Ali Krieger kalt das neue Familienglück mit. Mit ihrem Baby-Posting macht die 36-Jährige gleichzeitig auch Ehefrau Ashlyn Harris eine Liebe sagt, ich liebe dich noch mehr, wenn das überhaupt möglich ist. Für die beiden Frauen war immer klar, dass sie nach beim ersten Date sprachen wir über Adoption und wollten einem Kind ein liebevolles, glückliches und stabiles Zuhause geben. Jetzt ist die Kleineslohn da und Ali Krieger kann es kaum erwarten, ihr die Welt zu zeigen und die beste Mama zu sein, die ich mit dir, Ashlyn, an meiner Seite. Beide Fußballerinnen seien jetzt schon absolut verliebt in ihr Baby. Ali Krieger macht ihrer Tochter das Versprechen, die Adoptionsgeschichte von Anfang an mit ihr zu teilen und jeden Meilenstein zu fahren. Weiter schreibt sie, dass beide Mamas die Kleineslohn immer dazu ermutigen, ihren Träumen zu folgen, egal, ob groß wir versprechen aufgeschlossen zu sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017